Zuallererst ist es wichtig, pünktlich zu sein. Wenn man den Ort oder die Umgebung der Ausbildungsstätte nicht kennt, sollte man den Weg vorher abfahren, um eben auch festzustellen, welche Busse, Bahnen dort unterwegs sind und eben um die Dauer der Fahrt zu analysieren. Ebenfalls vor dem ersten Tag sollte der Dresscode geklärt werden. Im Zweifel gilt aber immer lieber am ersten Tag overdressed statt underdressed. Grundsätzlich empfiehlt es sich, viel aufzuschreiben am ersten Tag. Es stürzen so viele Informationen auf euch ein. Am besten eine Mappe anlegen, in der man das eine oder andere nochmal nachschlagen kann. Dies zeigt auch Interesse. Ansonsten ein freundliches, offenes Verhalten an den Tag legen. Die Unsicherheit nicht krampfhaft überspielen. Diese gehört dazu. In diesem Sinne guten Start. Die Unsicherheit nicht krampfhaft überspielen. Im Zweifel ist eines Blumen.